Das ist mein Sohn. Bitte behandelt ihn gut. Er ist etwas Besonderes. Macht ihn fertig! Es ist besser aufrecht zu enden, als auf Knien zu leben. Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2000 in Russland liegen nun vor. Wladimir Putin hat mit 53,44% der Stimmen gewonnen. Das ist ein peinliches Ergebnis. Was wäre für Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis gewesen, Herr Präsident? 100. Was machst du jetzt in dieser schönen neuen Welt, Volodya? Ich kann als Taxifahrer arbeiten. Hast du keine Augen im Kopf, du Landei? Sie ist meine neue Frau. Ich werde dich aus den Geschichtsbüchern tilgen. Wir leben in eigenartigen Zeiten, in denen wir uns vollstopfen mit Delikatessen, aber nichts haben, um uns den Arsch abzuwischen. Wo hat er das denn her? Sie haben vergessen zu fragen, was ich im Gegenzug dafür will. Diejenigen, die das Angebot nicht akzeptieren, müssen sofort abreißen. Starten wir die Party! Achtung! Fertig! Los! Ich werde dich zum mächtigsten Menschen der Welt machen. Wie sieht Ihre Strategie in diesem Fall aus? Wir werden sie zurück in die Steinzeit schicken. Wie kann sein Reich bestehen? Übergeben Sie Ihre Macht an mich. Nur ich bewahre sie vor dem Gefängnis. Nur ich bewahre sie vor dem Gefängnis. credit111-230-5334-j004-094-094-0-340-u154-064-144-404-1154-2000-6224-004-0196275-01655-4755-0224-0212-106- Saftender Unf Burst.